Am 5. Juli haben wir das erste Konzert, auf das wir uns wahnsinnig freuen. Denn da kommt Sietze de Vries aus Groningen. Ein wunderbarer Organist. Was mich ganz besonders freut, dass in diesem Jahr ein ganz großer Bogen auch besonders erkennt ist als geistliches Programm. So die Orgelprobe von Sietze de Vries, wie so ein Ankommen, ein Auftakt an Wärmen, Warm-up. Und dann eben die Reihe in geistlichen Facetten von Lobpreis, Gebet, Messe, Pfingstlichen Gesang und ganz zum Schluss als grünen Abschluss. Nun freut euch, liebe Christengemeinde, das freut mich ganz besonders. Also wir haben im letzten Jahr 60 Personen eingerechnet, weil wir ja immer Bänke freilassen müssen und auch auf Abstand setzen. Da sind wir bei 60 Plätzen. Wir haben noch ein bisschen Kapazitäten hier an der Seite, aber im Prinzip ist diese Zahl erstmal maßgebend. Wir werden das veröffentlichen, dass wir über Telefon oder über das Kontaktformular der Homepage Anmeldungen entgegennehmen. Wir wollen auf die sichere Seite gehen. Wir hatten die Organisten gebeten, ob sie sich ein bisschen auf Chorele einstellen könnten, weil das das ist, was viele Menschen so vermissen, dass sie nicht singen dürfen. Dann sollen wir wenigstens die Orgel singen lassen. Die Orgel singen lassen, dass sie nicht singen lassen können.